Heute sprechen wir über die besten Thermoskanen im Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich Links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Thermoskanen im Test. Lass uns anfangen, Liste zu starten. Nummer 5. Diese riesige 2 Liter Premium Thermosflasche eignet sich hervorragend, um zum Beispiel leckeren Kaffee und Kuchen für Ihre Familie zuzubereiten. Der Behälter bietet laut Hersteller bis zu 12 Stunden Wärmespeicherung und bewahrt sowohl den Geschmack als auch die Frische Ihres Getränks. Das Produkt ist aus strapazierfähigem Edelstahl für den Innen- und Außenbereich gefertigt, um den Anforderungen des täglichen Lebens und einer verlängerten Lebensdauer gerecht zu werden. Durch das große Loch lässt sich die Kanne zudem einfach und schnell befüllen oder reinigen. Zudem verfügt dieses Modell über ein trendiges Dessichen, das einen guten Eindruck hinterlässt und jeden Haushalt optisch aufwertet. Nummer 4. Diese riesige 2 Liter Premium Thermosflasche eignet sich hervorragend, um zum Beispiel leckeren Kaffee und Kuchen für Ihre Familie zuzubereiten. Der Behälter bietet laut Hersteller bis zu 12 Stunden Wärmespeicherung und bewahrt sowohl den Geschmack als auch die Frische Ihres Getränks. Das Produkt ist aus strapazierfähigem Edelstahl für den Innen- und Außenbereich gefertigt, um den Anforderungen des täglichen Lebens und einer verlängerten Lebensdauer gerecht zu werden. Durch das große Loch lässt sich die Kanne zudem einfach und schnell befüllen oder reinigen. Zudem verfügt dieses Modell über ein trendiges Dessichen, das einen guten Eindruck hinterlässt und jeden Haushalt optisch aufwertet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 Diese Qualitätsisoliertanne der Marke Alfie wurde in Deutschland hergestellt und ist zum Schutz ihrer Gesundheit frei von schädlichen Inhaltsstoffen. Er ist in 5 verschiedenen Farben und in 2 Größen 0,5 und 1 Liter erhältlich und auch optisch ein wahres Schmuckstück. Im Test punktete die Kanne mit ihrer unkomplizierten Handhabung und guten Isoliereigenschaften, die Flüssigkeiten bis zu 12 Stunden warm halten. Das Schöne ist, dass es auch leicht zu reinigen ist. Das Gerät ist von sehr guter Qualität und bietet einen hohen allgemeinen Benutzkomfort, der den Alltag erleichtert. Nummer 2 Dieses Rotpunktprodukt ist doppelwandig, verfügt über einen hochwertigen Glaseinsatz und ist in 12 verschiedenen Farben erhältlich. Er hat ein Fassungsvermögen von 1 Liter und ihre Getränke bleiben bis zu 20 Stunden bei moderaten Temperaturen, während der köstliche Geschmack ihres Kaffees oder kühlen Getränks erhalten bleibt. Die Dose hat ein schlichtes, zeitloses Dessichen und ist sehr hochwertig verarbeitet, so dass sie relativ lange hält und eine überdurchschnittliche Wärmefunktion erzielen kann. Dank der breiten Öffnung können auch zahlreiche alternative Kaffeefilter verwendet werden, was diesen Saft sehr nützlich macht. Und die Nummer 1 unserer Liste Dieses Emsa-Modell hat als Testsieger gewonnen und ist aufgrund seines tollen Preis-Leistungs-Verhältnisses die größte Thermoskanne im Test. Er fasst 1,5 Liter, ca. 12 Tassen, ist von guter Qualität und hält Getränke bis zu 12 Stunden warm oder 24 Stunden kalt. Die Kanne ist zu 100% auslaufsicher, also perfekt für einen fantastischen Kaffee oder Tee. Vorteilhaft sind auch die tropfenfreie, präzise Einhandbedienung und der komfortable Softgrip. Letztere sorgt dafür, dass Ihre Kanne immer sicher steht und beim Einschenken nichts verrutscht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.